in den Städten Delegationen oder Leute angereist sind, um dann dort eine gemeinsame Versammlung von Leuten aus ganz Europa zu machen. Also so eine basisdemokratische Versammlung von unten mehr oder weniger oder so ein Ding. Das muss ich nur mal loswerden. Also es sind viele Leute auf der Straße heute, es sind nicht nur in Leipzig und ich denke mal, dass sich daraus auch eine breitere Demokratiebewegung entwickeln kann und ich hoffe, dass alle, möglichst viele von euch, noch Leute mitbringen. Am Montag um 19 Uhr treffen wir uns wieder hier und wir versuchen das wöchentlich aufzubauen. Denn wir müssen gemeinsam Druck aufbauen, weil die Regierung wird sich nicht von einer eintagischen Aktion groß beeindrucken lassen.